Die Sonne scheint gerade, wir haben 30 Grad hier in Los Angeles. Warte, 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 warte. Ey, hast du, die Welle hat mich voll berührt, Alter. Karsten, bringst du unsere Mojitos? Ey, Welle, Welle! Vielen Dank! Das war ein Auge wegen dem Badal. Ey, was haben wir denn hier? Wir haben noch das hier. Gib mal irgendwas. Ja, hier. Ich sehe nichts, ehrlich. Was ist das? Papier. Wie Papier? So, und viele Leute haben sie... Und viele Leute haben nur Sonne in der Fresse. Ey, Sammy, das ist kein Spaß, das ist nicht mal ein Prank oder so, oder? Nimm doch mal deinen... Und hier ist die Pankensballon und lesen die Astropotheke an. Bitte! Mach damit dein Gesicht jetzt sauber. Ich spress jetzt drauf. Drei, zwei, eins. Oh, oh! Ey, warte! Pfff! Pfff! Aga! Special! Pfff! 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 Mach nochmal! Pfff! Mach nochmal! Pfff! 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 Mach nochmal! Pfff! 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 Ey, okay, reicht, du hast den ganzen Studio auseinander genommen jetzt wegen dir. Das war Eistee, ne? Wie Eistee. Kein Spaß, das war Waterpocket. Warisama! Und jetzt geht's los mit dem Pool. Juhu! Pfff! Pfff! Die zu was! Sonja! Das ist ein Settingsfeind-Pool. Das ist ein Settingsfeind! Wie heißt das Settingsmeind? Settingsfeind. Das ist Agave Settingsfeind. Had not went to see. Come on, Barca! Was brauchst du denn noch? Hey, Macarena! Hey! Hey, Macarena! Sanamandamia! Catarina! Sanamandamia! Andabarabira! 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 Macarena! Hey! Macarena! Hey! Macarena! Macarena! Was da singen wollen, ne? Können? Ah! Bei Pockensbeilagen holen sie sich ne Torcherbrille oder fragen sie den Astropatiker. Ja! Schwimmbrille! Was ist das? Alter, Schüttrü! Ey, das ist größer als ich dachte, denn der liegt auch nicht. Bedienung. Wer heute nicht in den Livestream reinkommt. Oha! Hä? Oha, der ist zu lang. Aber der geht! Wuhu! 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 Yeah! Da sind wir dabei! Da... Ey! An die Frauen! Denk an Morita! Was was? Der fühlt sich! Oh! Baby! Oh! Shack! Baby! Shack! Kasselisse! Noch bisschen, noch bisschen, noch bisschen! Oh! The biggest loser! Oh, Junge! Jetzt geht's los! Oha! 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 Haha! Der passt doch rein! Ja, so ist gut! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Du musst ja nur gucken, ob wir Wasser hier reinbekommen. Das ist eine andere Sache. Oha! Jetzt, für was ist das? Oha! Wie klein hast du gekauft? Machst du noch ein bisschen! Hey! Anybody here work here work here? Hey! 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 Baby! Anyway, das ist eine andere Sache. Hey! In die Hande. ой! Hey! Ja, aber wie wenig jungge? Das steht mit... wir haben ein kleines wasserproblem aber wird sofort behoben wir sind ja hier nicht in hawaii hier gibt es auch manchmal probleme auch in hawaii gibt es probleme das wichtigste ist dass probleme gelöst werden weißt du komisch da in hawaii sagt man halt immer oder kalt aber so dass wir in hawaii haben wir die Quelle gefunden Ey, Mika, Mika! Hier kommt ein bisschen! Nehme, gib ab! Piss weiter in den Schlauch! Ja, aus! Weiter! Ey, wir sind Hawaii-Müll! Ich will eine Flasche, lass uns rein gehen! Der sagt mit Flasche! Sag mal ehrlich, bist du stupid? Der ist stupid! Ich habe eine Idee, Freunde, guck mal jetzt! Jetzt, guck mal, was passiert, Freunde! Plan B überlegen! Es braucht Plan B! Das Ding ist, ich gebe die Hoffnung nicht auf! Freunde, seid mal ehrlich! Guck mal! Hat dein Maulaschpaar! Eba, Carina! Ja! Aber sag mal ehrlich, willst du ihn bis oben hin voll machen? Ja! Ich hole jetzt einen Eimer, ich hole einen Kanister! Guck mal, was ich jetzt hole! Wuhuuu! Wuhuuu! Freunde! Seid ihr bereit? Jetzt! Geht die Reise los! Boah! Ey! Zeig mal hier, Freunde! Ja! Ich habe doch gesagt, Bruder! Lass mich einmal meinen Kopf anstrengen! Wenn ihr wollt, dass der Pool voll ist, dann wird der Pool voll gemacht! Freunde! Mein Eimer ist kaputt gegangen, ja! Pann, Alter! Ja, Mann! Helfen! Diesen ganzen Videos und so! Aber ich habe jetzt erst mal das Feeling, Spaß zu haben! Dank euch, Freunde! Dank dieses Streamchen! Boah! Wie schlau bist du, Alter! Eier! Drei! Zwei! Eins! Boah! Boah! Ey! 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 Ich bin auch! O-ha! Ah! Ah! Alter! Eucalyptus! O-ha! Frederico! Ja! Ist das nass? Ey! Ich bin dein Krokodil! Schick uns das auf Instagram! Ey, mein Ding ist kaputt! Wie findet ihr das? Schick uns das auf Instagram! Jetzt alle einen Screenshot, das nicht! Warte, noch nicht, noch nicht, warte! Komm mal hier! Hawaii! 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 Aaah! Da ist doch keinem, eine Steckdose! Aaah! Hör auf! Ey, wo ist immer ein Sand drin? Ey! Aaah! Warum tut das so weh? Es ist für immer ein Sand, ja? Oh, hier sind Sandgeilchen drin! Jetzt! Zur Seite! Und dann machen wir! Maze ist nur einmal in mir! Bruder! Mach das schnell sauber! Wenn das einmal reinkommt, dann geht alles hier aus! Spielewolde, ich hab deine Arme-E-Laune! Ja, gleiche Spielewolde! Buddy-Sommer! 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 Mir liegt was am Herzen schon seit Tagen, Ben! Hier, hier! Askamudo! So, wir spielen ein bisschen Tennis! Was ist das für ein Aufschlag? Applaus-Applaus! Ja, der ist von der Dicke runtergefallen! Der ist von der Dicke runtergefallen! Alter, ja! Alter, ja! 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 Komitea! Schaum im Arsch! Ja, Arsch! Ja! Für mich! Wir haben jetzt zwei nebeneinander getroffen, würdest du wieder, ja? Der erste war mein Tor! Der hat doch nicht mehr gezählt! Ja, der danach! Der 2-1! Der 2-2! Der 2-3! Alter! Du willst Lügen?! Bah! Warum ist da Schaum dran?! Bis wie viel spielen wir? Ey, hey, hey! Juri Löw! Das war aber ein Tor für mich jetzt! Bis wie viel spielen wir? Bis 5! 3-3 steht's! Ja! 4-3! 4-3! 5-3! 1-0! 1-0 für John Almany! FIFA! Freunde, wir spielen morgen FIFA um 20 Uhr um die R9-Frisur! Freunde, ich zeig euch mal ganz kurz die R9-Frisur, für alle, die das nicht kennen, ja? Oh mein Gott! Wir beide werden so hässlich damit aussehen! Das hat schon einer gemacht! Komm, wie der aussieht! Freunde, wir sind gerade sehr viel am Plan für den 24-Stunden-Stream! Deswegen konnten wir die letzten Tage nicht so krass aktive Sachen machen! Aber ich verspreche euch morgen R9, Samstag 24-Stunden-Stream! Und danach, komm, kriegt sich... Wir sehen uns morgen um 20 Uhr! Der Erste, der drin ist, kriegt von mir eine Packung Cornflakes! Wir sehen uns beim nächsten Mal! Wir sehen uns beim nächsten Mal!